Herzlich Willkommen zu ESB-Insight, dem Partner-Magazin für das ESB-Netzwerk und bei mir zu Gast ist Kai Bierers von Sporttotal. Sporttotal habe ich schon gehört, aber was macht Sporttotal genau? Sporttotal ist eine klassische Spielerbetreuungs- und Beratungsagentur. Wir betreuen über 60 Fußballspieler, Profifußballspieler, deutschlandweit, aber auch international natürlich. Um ein paar Namen zu nennen, mal Nationalspieler wie Mario Götze, Marco Reus, Toni Kroos und Benedikt Höwedes. Aber es folgen noch viele, viele junge, interessante Spieler, Sidney Sam, Stefan Reinhardt, Kevin Trapp. Dementsprechend sind wir da aufgestellt und machen neben der Laufbahnberatung noch weitere Aktionen, Betreuung der ganzen Familie, wenn es sein muss, Wohnungssuche und so weiter und so fort. Also wir machen eine neumodisch so 360 Grad Betreuung und eben Marketing kommt immer mehr in den Fokus, weil die genannten Namen natürlich auch in diesem Fokus sind. Was erwartet ihr euch jetzt im kommenden Jahr von der ESB-Partnerschaft? Wir erwarten uns einfach von der Zusammenarbeit mit der ESB einen guten Austausch, dass wir Unterstützung bekommen in der Ansprache eventuell von potenziellen Sponsoren in Austausch oder was gerade im Markt so los ist, weil man kann nicht alles überblicken selber bei uns in der Agentur. Wir sind relativ schlank gehalten und dementsprechend wollen wir da natürlich ein bisschen Unterstützung und da ist die ESB glaube ich eine gute Institution für uns. Wo siehst du denn Möglichkeiten für ESB-Partner mit euch zu kooperieren? Unser Hauptgeschäftsfeld ist ganz klar die Spielervermittlung. Die Jungs sollen einen guten Job haben beim Fußballverein, aber natürlich geht es dann Step 2 und 3 darum, Betreuung und Marketing. Marketing heißt heutzutage auch Social Media, was sich sehr sehr schnell entwickelt, solche Geschichten wie ihr auch jetzt macht, um das Image der Spieler zu transportieren und ein bisschen was Neues von den Spielern mal rüber zu bringen. Inklusive Sponsor oder auch ohne Sponsor, das sind natürlich interessante Ansätze, die man sicher mal absprechen könnte. Also wenn die ein oder andere Agentur oder das ein oder andere Unternehmen aus dem ESB-Netzwerk sich mit einem eurer Spieler einlassen will, dann gerne bei dir melden. So habe ich das jetzt mal vernommen. Definitiv. Die klassische Testimoniegeschichte ist natürlich immer interessant für uns, aber es gibt auch andere Unterstützungsmaßnahmen für uns, wo wir dann intern uns auch wieder besser aufstellen können. Alles klar. Dann danke ich dir Kai, dass du hier warst. Kai Bierers von Sporttotal, vielen Dank. Und das war eine weitere Folge von ESB Inside und ich freue mich auf die nächste Folge in zwei Wochen mit Ihnen. Tschüss.